Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich würde auch gerne sagen, mit dem heute vorliegenden Haushaltsbeschluss haben wir einen bedeutenden Satz hin zu einer zukunftsorientierten Stadt gemacht, die trotz Bevölkerungszuwachs und Zuzug aus Kriegs- und Krisengebieten alles bietet, um in ihr generationsübergreifend und unabhängig von der Größe des Geldbeutels ein gutes Leben führen zu können. Aber, meine Damen und Herren, mit diesem Stadtentwicklungs- und Umwelthaushalt tritt Berlin überwiegend auf der Stelle und wird den wachsenden Anforderungen auch beim Schutz unserer Lebensgrundlagen nicht gerecht. Die Anforderungen steigen weiter mit den durch Menschen produzierten Belastungen. Das Beispiel Sulfatbelastung haben wir gerade in den letzten Ausschüssen diskutiert. Und den Bedürfnissen bei wachsender Einwohnerzahl, die fehlenden Grünflächen und Freiflächen haben wir oft thematisiert. Und nicht nur bei Kleingärten spielen sie eine Rolle. Berlin hat Pläne, Konzepte und Strategien, wie z.B. bei Luftreinhaltung, Lärmminderung, Erhalt der biologischen Vielfalt, Mischwald, jetzt auch, Herr Otto hat es ja schon vorgestellt, ein Energie- und Klimaschutzprogramm, die zunehmend bei ihrer Aufstellung, das begrüßen wir auch sehr, mit Berlinerinnen und Berlinern diskutiert werden. Aber wenn es dann um die Umsetzung geht und um die Entwicklung von konkreten Maßnahmen, dann kommt dieser Senatsbereich Stadtentwicklung und Umwelt ins Stocken. Ein stadtweites Beispiel für Probleme erkannt, Analysen erstellt, Maßnahmen mit Betroffenen diskutiert, Ende gut, nein, gehende Leere ist der Umgang mit den hohen Grundwasserständen in Teilen der bewohnten Stadt. Etwas besser geht es der Strategie Stadtlandschaft. Hier gibt es immerhin für bestimmte Maßnahmen 3,4 Millionen Euro. Wir hatten z.B. für die Einrichtung von Naturerfahrungsräumen mehr gefordert. Wir wissen, dass Empathie damit auch zu tun hat, dass man bestimmte Dinge auch sieht und kennenlernt. Aber da ging gar nichts weiter voran. Apropos Strategien. Ist es jetzt die Strategie des Senats, auf Gerichtsurteile zu warten, ehe festgestellt notwendige Maßnahmen eingeleitet werden, wie im Fall der Anwohner der Berliner Allee, die auf Einhaltung der Grenzwerte bei Belastung mit Luftschadstoffen geklagt haben? Es ist nicht clever, erst zu warten mit Maßnahmen, denn Gerichtsverfahren kosten auch Haushaltsgeld. Meine Damen und Herren, im nächsten Jahr jährt sich der Beschluss des Abgeordnetenhauses zur Berliner lokalen Agenda 21 zum zehnten Mal. Wichtige Initiativen aus diesem Prozess zur Einhaltung von sozialem, Ökologie und Wirtschaft werden mit dem vorliegenden Haushalt nicht mehr gefördert. Die Aufgaben bleiben also liegen oder rutschen ins bürgerschaftliche Engagement. Das kann man positiv finden oder eben auch nicht. Gleichzeitig werden aber der Titel Zuschüsse für Investitionen für umweltpädagogische Einrichtungen gestrichen. Kein Bedarf? Das sehen wir anders. Welche Auswirkungen in der Stadtgesellschaft die Kapitalrückführung von 3 Millionen Euro von der Stiftung Naturschutz Berlin hat, ohne eine von uns geforderte langfristige Sicherung der Arbeitsfähigkeit im Haushalt zu vermerken, will heute aus der Koalition niemand hinterfragen. Die BSR soll in den nächsten zwei Jahren 14,6 Millionen Euro an den Landeshaushalt abführen. Diese Gelder, überwiegend von Steuergebühren und ähnlichen, können dann nicht in umweltfreundliche und stadtverträgliche Technik investiert werden. Kurzum, Berlin macht Schrittchen und die Richtung ist unklar. Den Haushalt können wir nur ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.